Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Auktionata zu unserer 130. Auktion, heute Classic Cars. Als Kuratorin dieser Auktion heute Abend begrüße ich eine große Rennfahrerin, Frau Jutta Kleinschmidt, Sie sind heute hier. Jürgen, Sie werden sich sowas von freuen und niemand macht es Ihnen im Moment streitig. Ich gebe rüber ins Studio 2. Hier sehen wir alles Original erhalten von der Lüftung bis hin zum Radio, das macht es natürlich aus. Und auch in einem Top-Zustand. 150.000 zum Dritten. Und das ist natürlich ein Wagen, da sage ich ganz ehrlich, da bietet nicht jeder drauf. Das tun nur die Erfahrensten, die Härtesten, wer auch immer. Großartiges Fahrzeug, also da würde ich gerne mitfahren. Wie fühlt es sich an, Frau Kleinschmidt? Fühlt sich sehr, sehr gut an, es ist ja auch hier alles noch im Originalzustand. Der ist hartnäckig bis zuletzt dran geblieben, das muss belohnt werden. Zum Dritten. Frau Kleinschmidt. DER